Dieses zum Kauf angebotene renovierungsbedürftige Achtzimmer-Einfamilienhaus befindet sich im Kreis Darmstadt-Dieburg. Das im Jahr 1973 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Es hat vier Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 656 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 217 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 369.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017